Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paluten spielt mit Mods rum und macht ganz viel Quatsch. Falls ihr euch fragt, warum es da im Hintergrund brennt, ähm, da ist folgendes passiert. Oh, ja, oh, ja, okay, okay, das wollte ich nicht. Warte, greifst du jeden an, den ich auch angreife? Oh ja, oh nee, lass doch den Arm fü- oh nein. Ja, wir haben nämlich ein bisschen mit so Inventory-Pets rumgespielt. Falls ihr die erste Folge davon verpasst habt, zieht sie euch unbedingt rein, da haben wir diese ganzen Pets getestet. Aber es gibt noch ein paar mehr. Aufgehört haben wir mit dem Quantenkristallmonster, weil dann konnten wir die Typen beschwören. Hallo! Und die greifen alles an, was ich angreife. Kommt mal mit, Jungs. Na, wer will Stress? Lauf nicht weg! Ich hab dich genau gesehen. Du willst Stress? Digga, wer will Stress? Äh, wenn ihr Lust habt auf weitere Folgen, lasst super gerne ein Like da. Ich teste jetzt weitere Pets. Unendlich Pfeile. Oh, warte, kann ich mit dem auch Pfeile schießen? Oh, was ist das denn? Robin Hood. Oh Gott. Ja, ist ja gut. Was ist das für Musik? Die ist doch bestimmt Copyright. La, 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 la. Okay, ist weg. Nein, hör doch auf! Bitte stopp! Erstmal raus. So, da bin ich wieder. Oh, warte mal. Kurzer Test, sorry. Weil ich hab ja hier noch die anderen Mods installiert. Ich hab jetzt hier die Minions. Oh, Alter, wie die sich anhören. Und ich hab noch Jurassic Craft installiert. Können die gegen den T-Rex gewinnen? Los, Pets! Greift ihn an! Oh, ho, ho, ho! Alter! Die machen den platt. Der hat ja gar keine Chance. Junge, und der hat, glaub ich, Asthma, der Arme. Der hört sich ganz komisch an. Mann, jetzt hab ich ein bisschen Mitleid mit dem. Oh, nein! Jetzt brennt... Hör doch auf, hier das Dorf abzufackeln! Stopp, warte. Ich hab aber ein Pet. Was? Das Schwammpet. Platziert Wasser. Das hatte ich euch auch noch nicht gezeigt. Wir müssen löschen! Löscht das Dorf! Nein! Oh, es... Oh, das war's jetzt. So, Jungs, jetzt hör doch mal auf. Wir müssen hier das Dorf löschen. Wir haben's, glaub ich... Ja, fast. So, jetzt hör doch mal auf. Die Dorfbewohner werden nie wieder was mit uns zu tun haben wollen. Nein, das Wasser geht irgendwann weg. Bitte, hör doch auf. Stopp jetzt. Ja, tu... Mann! Ja, ist mir leid. Ich hab alles nur noch schlimmer gemacht. Okay, was ist das nächste Pet? Äh, Schwamm... Oh, Dubstep-Haustier. Oh, oh! Hahaha! Jungs, es tut mir leid. Wartet doch! Hilfe! Oder rauf! Wartet! Hey! Ähm... Mann, niemand will mit mir befreundet sein. Alle laufen weg. Hallo? Ist hier noch jemand im Dorf? Ja, er hier. Was ist... So, ich hör lieber auf. Diese... Das ist ja völlig verrückt, dieses Pet. Das fühl ich ganz geil. Oh, wartet. Gruppenregeneration. Dann kann ich euch direkt wieder heilen. Wartet auf mich. Gruppenregeneration. Hier, komm. Regeneriert ihr? Vermutlich nicht. Oh Gott, was hab ich mit diesem Dorf gemacht? Das war mal so schön. Da hinten ist auch ein Haus weg. Oh, Mann. Hier fackelt's. Kehrt die Schwerkraft für Mobs und Gegenstände um? Das Mondhaustier. Oh. Ähm. Wollt ihr nicht irgendwann wieder zurückkommen? Bitte? Hallo? Oh, Mann. Das wollte ich nicht. Ja, Scheiße. Also, jetzt mal, jetzt mal. Was soll denn das? Ich hab doch jetzt hier nichts gemacht. Der kann... Oh, du hast überlebt. Gott sei Dank. Brudi? Sag mal, du kannst jetzt... Du kannst jetzt nicht... Du kannst jetzt nicht einfach wegfliegen. Ich glaub, du klatschst gleich auf den Boden. Schläfe nicht. Wirklich? Ja, doch. Tust du. Ich hab's dir gesagt. Geiles Ding. Gruppenresistenz. Schildhaustier. Illumina. Ach so, das kennen wir ja schon. Oh, Kolossenhaustier. Schildwall. Oh, Alter. Hab ich da jetzt irgendwas um mich rum? Ja, wahrscheinlich, wenn ich im normalen Schwächgegner beim Angriff. CMA brings you random gifts. Okay. Dirt Pad. Cobblestone. Da kannst du halt die Sachen... Warte mal. Cobblestone to dirt. Und dirt to cobblestone. Das können wir doch ausprobieren. Weil hier, das ist doch dirt. Okay. Als ob. Damit kannst du hier alles und dann wieder zurück. Zack. Das ist schon sick. Bam. Auch der Sound ist ziemlich geil. Ja, ist auf jeden Fall toll. Ich hab hier irgendwie 20.000 Effekte. Wir haben den Weihnachts... Das Weihnachtsbaum Haustier. Menora Haustier. Mishuma Saba Haustier. Und das politisch korrekte Haustier. April... Oh, April-Scherz. Das find ich gut. Versuche es im... April... April ist vorbei. Schwarzes Loch Haustier. Die Zeit ist verlangsamt. Bewegt ihr euch langsamer? Ja, ein bisschen. Ja, die haben alle Effekte bekommen. Auf jeden Fall. Man hört auch so ganz leise so einen Effekt. Ich kann ihn nicht hauen. Ach so, weil ich selber noch so diese Effekte hier alle hab. Ich bekomme die ganze Zeit noch so langsam. Ah, jetzt ist es weg. Ah, jetzt kann ich ihn wieder hauen. Wenn ich diesen Effekt anmache... Ah, geht. Mh, ein bisschen enttäuschend. Wolkenhaustier. Schneller Flug. Ach, guck mal damit... Alter. Oh, ja. Ja, okay, warte mal. Ich bin jetzt im Game-Mode. Da gehe ich mal raus aus dem Game-Mode. Was brauche ich? Ich brauche Neta-Quarz. Neta-Quarz. So, das schnappe ich mir mal. Gehe in den Game-Mode 0. Oh! Okay, du kannst scheinbar mit blitzen. Ah ja. Chillig. Aber wie kann ich fliegen? Ah, Jump. Als ob... Ich bin nicht im Game-Mode. Ihr seht das auch. Yo, das ist ja cool. Oh, wie das doof aussieht. Was haben wir denn damit gemacht? Hä, es ist wie so ein Game-Mode. Flee! Oh, das war knapp. Okay, ich lande mal lieber hier unten. Das ist schon ganz geil. Ich mache mal wieder Tag. Das Pet gefällt mir. Rette dich vor dem sicheren Tod. Oh ja. Das Sun-Pet, ja. Oh, guck mal. Wither-Haus-Tier hat einen Multishot. Jo, alles klar. Let's go! Ja, macht aber nicht so viel Schaden wie das Gas. Kann es sein, dass hier kein einziger Villager mehr lebt? Haben wir das komplette Dorf zerfetzt? Hallo? Ist hier noch ein Villager? Es tut mir leid, Jungs. Ja, da ist er. Guck mal, der ist ganz traurig. Der guckt einfach nur gegen den Baum. Hi. Tut mir leid mit deiner Familie. Aber vielleicht habe ich ein Geschenk für dich. Hier eine Futtertasche. Ah, rohes Fleisch. Änder-Klumpen. Ist nicht so cool. Petrifier? Hä? Aber was, hä? Was bedeutet Petrify? Ich habe eigentlich das Gefühl, dass Petrify irgendwas Negatives ist. Guten Tag, Mr. Schwein. Ähm. Mr. Schwein, wo bist du hin? Der hat sich hier rein... Der hat sich in ein Haustier verwandelt. Guck mal hier. Da habe ich noch eins. Und der Villager ging halt nicht, weil er ein Villager ist. Die haben kein so ein Ding. Das ist ja krass. Das ist geil. Oh, send Mobs into an... Oh, das habe ich noch nicht ausprobiert. Was macht das mit Mobs? Äh? Nein, was passiert hier? Lass doch die Schweine. Was macht dieses Pet? Weg mit dir, Pet. Nein. Oh Gott. Nein, der letzte Villager. Der letzte Villager. Bitte bleib hier. Bleib bei Palenco. Ja, ja. Ich bring dir Wasser. Ich bring dir... Oh Mann, ey. Alles mache ich falsch. Das wollte ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass jetzt endgültig niemand mehr in diesem Dorf am Leben ist. Das tut mir wirklich leid, liebe Dorfbewohner. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ich suche mir ein neues Dorf und eine neue Mod. So Leute, das war es mit dieser kleinen chaotischen Folge. Wenn es euch gefallen hat, ihr verkauft mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Hier sind jetzt noch weitere Videos der Team Paluten-Kanal. Schaut dort gerne vorbei. Gönnt euch die neueste Folge vom Codbruder-Podcast. Zusammen mit mir und German Let's Play. Schaut auch gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Das war's für heute.